Hallo alle Gute, ich bin mittlerweile auf der 20 von meiner Corona-Virus-Infizierung. Das heißt, ich bin 31. März genau drei Wochen, als ich krank bin. Für mich ist krank als ein Zustand, in dem mein normales Leben so impactiert, dass es nicht normal funktionieren kann. Und als Beispiel kann ich erst auch gehen, da ich zum Beispiel auch immer relativ sehr äußere Atem sind. Mein Hust, den dritten Hust, den ich ein bisschen umgeschlafen habe, also mein nassen Hust, schlafen ganz schlecht. Und ich kann auch den ganzen Tag schlafen, also sie sind permanent mit. Und mein Geruch, meine Geschmerzen, die sind immer fort, die sind dann verkandelt, also ich weiß doch nicht. Und ich habe noch keine Ahnung, wie lange das dauert, glaube ich, bis ich da zurückkomme. Also ich rieche und ich schmecke praktisch nicht. Dann wollte ich sagen, dass wir aber eine extreme Chance haben, hier an diesem Zeitalter zu leben. Weil wir haben so viele Möglichkeiten, wie mit anderen Leuten zu sprechen, durch Technologie, WhatsApp-Signal, YouTube-Messenger, Skype, egal. Egal, was er benutzt, der könnte immer mit ihrer Familie sprechen, der könnte ein bisschen Kaffee machen mit einer Freundin per Skype. Das war tipptopp, also wir sitzen und auf der Terrasse ein bisschen, per Skype natürlich. Und das war wirklich genial. Und wir haben da effektiv immens viel Chance. Ich wollte aus dem Staat sagen, dass ihr so gut noch alles guckt. Ich wollte alle guten den Leuten auch sagen, dass ihr im Publikum schaffen. Nicht nur an den Spiegelern, aber auch alle guten die anderen. Ich denke, du und Bordspersonal und Leute, die Chaufferin vom Bus oder so. Leute, die an den Krankenhaus schaffen. Leute, die bei der Post schaffen zum Beispiel. Die sind nach immer dem Publikum ausgesetzt und die können dort nicht sagen. Und ich wollte ihnen einfach Merci sagen. Voilà, also ich hoffe, es geht euch alle gute gut. Und bei mir geht es wirklich nur viel besser. Also ich kann so ein schönes Coronavirus sein. Gut an den Schnitz gehen, so immer so. Und ich hoffe, der bleibt gesund. Und Merci für dennoch gucken. Und bis demnächst. Ade. Tschüss. Tschüss. Tschüss.